hallo ist wieder hannelore drews von der hobby company aus quickborn und heute geht es um die weihnachtlichen atc karten ich habe hier alles aufgebaut das war ja wie weihnachten schon für mich und ja man muss die glaube ich einfach auch so gesehen haben also nur auf dem foto ich weiß es wird total schwierig und ja ich fange einfach an ich habe hier ein bisschen weihnachtlich dekoriert für euch darum fange ich jetzt mit diesem tag also ich habe sogar ein päckchen bekommen das ist von der gabi ganz 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 herzlichen dank liebe gaben muss ich mal gucken also das ist wieder ein angriff auf meine figur aber diesen dicken hier den fuchs ich auch unbedingt demnächst probieren aber ich musste ja nun warten bis ich euch das ja alles zeigt so und hier ist sogar noch eine kleine kerze drin mit unserem tollen glimmerpapier und die stelle ich jetzt gleich mal dazu dann haben wir das besonders schön weihnachtlich bei mir ja und ich glaube das waren jetzt die karten von der gabi beziehungsweise die karte sie hat mir noch so eine kleine dazu gepackt auch total süß und ja ganz einfach gemacht aber schon durch die farben ganz wirkungsvoll so und das ist jetzt hier ihre hochkarte jetzt muss ich mal gucken was das ist und zwar ist das eine aufstellkarte mit ja mit transparent papier und wenn ich jetzt das dahinter stellen dann ist das kaminfeuer da ein bisschen weihnachtlich und habe also eine ganz ganz tolle aufstellkarte und das als atc also super idee vielen vielen dank so das war das eine dann geht es weiter dann gab es hier von der anne ja auch wieder eine schöne karte das für mich und dann da muss ich das band jetzt wieder aufmachen eine ganz dicke atc also es ist wirklich dick hier aber süß gemacht wirklich in den weihnachtsformen jetzt hoffe ich bin in einer richtigen richtung also ich muss das noch üben ich bin keine leiergarten frau aber ganz süß ja ganz vielen dank liebe anne und dann geht es jetzt mal dass du das kann damit hin dann habe ich hier ja noch so dicker umschläge bekommen also das ist jetzt hier und dann kommt daraus gleich wieder ein goldener ganz toll mit unseren schneeflocken hier bestempelt und das ist von der kerstin da drin auch noch eine goldene karte und mit noch ein bisschen weihnachtlich dazu passt hier gerade zu meiner unterlage ganz hoch einer ist ausgefallen ganz toll dann hier noch weiter verpackt dass ihr habt das auch alles ganz super schön verpackt wird das video ja noch ein bisschen länger ach nee das war hier unten ich mache die schleife nachher wieder dran weil die fast natürlich farblich wieder wunderbar dazu und hier mit der friedenstaube und dann sind hier post-its drin ganz süß ihr bleibt jetzt da also ganz toll umgesetzt ganz süß gemacht von der kersten vielen vielen dank und apropos kerstin da möchte ich ganz herzlich ihre kinder grüßen und zwar arne und malte ich wünsche euch eine ganz tolle Adventszeit und lasst euch nachher viel vom weihnachtsmann schenken ja und dann geht es hier weiter das sind auch so ein süßiger umschlag meine post boten ist immer ganz begeistert die klingelt dann immer wenn so was tolles kommt und hier auch für mich eine kleine karte und auch ganz toll hier mit diesem hintergrund stempel mit den streifen schön gemacht und jetzt gucken wir noch mal was da drin ist das ist von der wieder ein angriff hier auf meine ja das ist von der monika genau und ja auch mit unserem schönen tannenbaum und dann dahinter dem glitzer papier und hier hinter dem tannenbaum ist noch ein kleiner eine kleine süßigkeit versteckt ja süß gemacht vielen vielen dank monika und auch mit der tüte ist ganz toll gewesen und dann natürlich dieser hammer umschlag hier ok weiter geht es jetzt mit ich mach mal hier weiter das ist von der ilona die hat auch ganz toll hier mit uns mit unseren atlitz die ja eigentlich nicht kommen ich konnte nicht viel damit arbeiten weil ich meine immer weiter gegeben habe aber total schön hier ganz eine ganz ruhige karte und ja sehr edel auch und von für mich gab es dann noch diese ist auch sehr sehr schön gemacht hier mit der tannenbaum stanze und hier dem weihnachtsmann mit dem schlitten also ilona vielen vielen dank dann habe ich hier mal wieder eine eule eine weihnachtseule ich hoffe ich bleibe jetzt im bild hier ich kasper hier schon wieder so rum und guckt euch das man ist das lecker sieht das lecker aus das ist eine karte von der ulla und die eule sitzt ja auf einem schornstein und im hintergrund ist ja eine verschneite tanne und dann der nachthimmel mit den stern ich hoffe ihr könnt das so erkennen also es glimmert und glitzert toll gemacht das ist auch total vielen vielen dank ulla weiter geht es dann hier mit mit der christa auch da habe ich wieder eine schöne karte bekommen wunderbar und die atc ist ein bisschen vergrößert sollte eigentlich so immer in der größe bleiben aber auch hier den stern den habe ich ja neulich mal so gezeigt und den hat sie auch ganz süß hier umgesetzt und vorne ja unser toller schneemann mit schleife und blinkies also hier blinkt es auch und dann den verschneiten grüßen vielen vielen dank christa und dann habe ich noch hier die bianca auch von der ist wieder eine wunderschöne karte bin ja auch mit dem tannenbaum ich finde den auch so schön also mit rot oder gold dahinter toll und dann hier auch eine süße karte mit unserem schönen weihnachtspapier da drin ein brauner kuchen habe ich schon gelesen ein dänischer brauner kuchen und dazu das rezept also ich hoffe ich kann den noch probieren aber er fühlt sich noch gut an also bianca den werde ich dann jetzt auch noch demnächst probieren wird heute zum kaffee und von der angelika ist hier auch noch ganz süß eine kleine grußkarte für mich auch schön hier mit denen mit den christbaumkugeln und dann so ganz süß hier so verschneit ganz toll aus unserem weihnachtspapier und ich merke schon also das aquamarine glaube ich gefällt euch ganz gut dann die sterne auch so ein bisschen ich denke mal eingefärbt und dann ist das hier ein umschlag also eigentlich ein fast normaler umschlag nie der etwas kleinere super so als kleine tasche gemacht da drin dann auch wieder die tannenbäume und noch eine aufstellkarte sieht auch super super schön aus hier beste wünsche daran wird das dann so gestoppt und ist auch ganz eine ganz tolle idee vielen vielen dank über angelika so ich hoffe ich habe niemanden vergessen und also das habt ihr ganz toll gemacht die bilder kommen wieder auf pinterest auf eine pinwand und ich hoffe es stimmen ganz ganz viele für euch ab und ja das war jetzt unsere adc aktion hier in diesem jahr und ich sag dann jetzt mal ja erstmal eine schöne adventszeit noch und eine schönes weihnachtsfest und vielen 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 dank und tschüss aus quickborn ich musste den jetzt auspacken diesen dicken mit martin kann ich mir noch was rein setzen